Sie sind überall. Sie verpesten die Wälder, die Flüsse, die Luft, das Land. Sie sind überall. Und sie werden eines schönen Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Wollt ihr nach Bereine Furten reisen? Eine lange Reise, beschwerlich. Ich fürchte gar, dass unsere Reise unseren finsterer Ort erführen wird. Nach Jolgurmak also. Hm. Hm. Soll wohl einige Reisende geben auf den Straßen. Ein großes Turnier, das ansteht. Habe ich hören lassen. Wir planen, dieses als Deckmantel für unsere Unternehmung zu nutzen. Deswegen die Dunkelsteiner Wappen. Richtig. Wenn ihr wünscht, können wir euch einige Tage begleiten, falls ihr zur nächsten Quelle auf demselben Weg liegt. Ich werde von hier aus nach Kleinwartstein reiten. Mein Pferd steht ein Stück die Straße hinauf. Und es liegt leider, wenn ich mich recht entsinne, in der anderen Richtung. Nein, tut es nicht. Wenn ihr nach Jolgurmak wollt, dann werdet ihr mich genau bis Kleinwartstein begleiten. Ihr setzt dort über die Tore Tobi Mora rüber nach Süden und ich werde von da aus nach Osten reisen. Sagt, wie ist der Fluss im Ruhmann? Es gibt eine Brücke. Im Norden stehen wir und im Süden die anderen. Ihr solltet allerdings nicht so dumm sein und die Straße verlassen, so wie ihr es jetzt getan habt. Dort drüben sind die Dinge anders. Die Wälder sind tiefer, finsterer. Alt. Wie bekommen wir hier Wasser, wenn wir unsere Wasservorräte wieder aufgebraucht haben? Was trinkt man auf der anderen Seite, der Tobi Mora? Schleim. In Jolgurmak ist Wasser verboten. Ich weiß nicht, was sie da trinken. Ist das Wasser verboten? Es gibt in Jolgurmak keinen einzigen Tropfen Wasser. Ich weiß nicht, was sie da trinken. Ich weiß nicht, was sie da trinken. Ich weiß nicht, was sie da trinken. Ich weiß nicht, was sie da trinken.